wie immer noch dass liebe wasser mit dabei ist die jule die man auch schon wieder gehen hört und wieder ich habe das erste mal ich bin gerade dabei so eine art treppel zu bauen für unsere schöne produktion mit wasser und unser wasser nach oben kommen wegen bauze da hin dann hier hin hier hin hier schon eine pumpe hin muss dann geht es hier die stufe nach oben und dann geht es die ganze Zeit so weit ich gehe wieder in die nächste stufe hoch nächste stufe hoch wir haben ja schon pumpen ansetzen sich wieder nix ja ohne pumpen wird das ein bisschen schwierig dann kommt es nicht mit das sind nach oben hier hier schon fast da ne? Du musst doch eigentlich schon locker klappen von da bis nach oben oder? Wir können hier eine Wand bauen und dann die Wand setzen wieder. Dann kann ich hier auch so einen Schrank dransetzen. Dann sehe ich ja auch, ob es funktioniert. Okay, auch so. Der läuft so nicht, weil noch kein Schrank dran ist. Aber das ist hier das kleinste Punkt. So. Da runter. Da Strom dran. Bin ich mal gespannt. Alle Ringe aufgehen, dann habe ich es richtig gemacht. Kommt auf jeden Fall genug Wasser an. Dauert einen Moment. Vorsicht. Wasser oben ankommt dauert ein bisschen. Durchflussrate, es passt. Druck ist stabil. Luft pumpt alles schön nach oben. Da kommt schon ein bisschen Druckverlust, aber es gleicht sich schon wieder aus. Ja, dann überlebe ich das, ja. Wir haben Wasser hier oben, Jule. Das ist schön. Ölrate von knapp 300, also ein bisschen Verlust ist. Aber es ist okay. Und zwar wieder im Wasser hier oben. Oh, mach hin. Und die Viecher nicht im Rücken haben. Das ist ja nicht im Rücken. Nee, da waren so die großen Spuckviecher. Da komme ich nicht gegen an. Ich? Nee. Die Pistole. Nee, gerade nicht am Mann. Achso, gerade nicht dabei. Nee, aber alles gut. Das, was ich haben wollte, habe ich gekriegt. Das ist wirklich so, oder? Ja. Ich habe so. Das sehe ich auch schon. Wir brauchen ja hier ein paar Raffinerie. Lauf, 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 lauf. Ich frage, wie produziere ich? Ich brauche 70 die Minute. Ich weiß, ich kann 490, ne, 490 kann ich verballern. Oder wie viele kann ich denn bauen? Mathe sechs Sätzen. Ah, war ich fast dran. Ich brauche hunderte pro Minute. Da brauche ich doch zwei Leitungen. Tja. Sieben Stück können wir aufbauen. Sollte ich auch. Feuer, was will mir denn? Stahlrohre. Jule, hast du gerade Stahlrohre? Nee. 100. Aber wo bist du? Nee, also die würden mir nicht reichen, glaube ich. Ich bin nämlich gerade hier beim, äh, wo es hoch geht, so ein Bau zieht. Ja. Ja. Oh, ich brauche wieder ein Fluss. Okay. Kann ich ja gleich verstärkte Rabenhunde, kann ich gleich eine... und bauen. Gibt auch Gewehre? Wusste ich mir nicht. Gewehre? Ja. Können wir erforschen jetzt. Echt? Ja. Neu. Muss aber auch Patronen für haben, hab ich gesehen. Ja. Ja, das heißt auch Gunpowder und so. Plastik-Krieg. Komm ich ja wohl dran, gleich für die Angst. Das Gewehr. Die Raffeln. Kräuchte ich nur 100 Platinen für, das Gewehr zu erforschen. Geht doch noch voll klar. Ja. Ja, also, äh, alles andere habe ich im Inventar. Ja, also, äh, alles andere habe ich im Inventar. Äh, ist ein Stahlrohr. Oh, hier. Oh, nein. Stattorenfabrik. Stattorenfabrik war das dann eben wie Stahlrohr. Stattorenfabrik einfach nur so groß ist, ne? Ja. Ruhigbar. Ist einfach... Aber jetzt habe ich genug. Gebt mir gleich nur ein bisschen Plastik, das kann ich mir ja klauen. Das ist ja... Äh... Hier sind die Platinen dann. Vorne, der Container. Wieso ist da dem Container nichts drin? Den Platinen? Ja. Da haben wir einen Computer alle verbraucht? Ja. Weil das Plastik nicht hinterherkommt? Ja. Weil das Plastik nicht hinterherkommt? Bescheidlich, ja. Aber wie, die sind ein paar Schnecken reinwerfen? Ja. Und dann beim nächsten Mal sagen, hier da und da habe ich Schnecken reingebaut. Und... Vergrößern. Mehr Plastik. Mehr Plastik. Anlagefrist. Dann haben wir unsere Bauzeit komplett verbraucht. Aber ich werde es nicht mehr gebraucht. Ja. Ja. Und da sind alle gekauft. Ja. alles hier unten sieht jetzt beginnst du komisch zu werden warum wird komisch die ganzen bauten die wir hier brauchen die ganzen sachen meine ja war doch klar tatsächlich ein betas ein eisenplatte eine eisplatte nur normale oder was oder eine verstärkte normale hier habe ich nicht ne kann ich dir nicht mit denen ich bin gerade aus der anlage schon ein bisschen plastik geklaut wo die hinten hergestellt werden wo sind tanks muss ja mal bei den computer gucken da ist bestimmt nach einem bisschen schon plastik über wenn die platinen nicht hinterher kommen alles gut ich gehe mit dir vom band ich bin gerade gebaut lauf 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 alles muss man sich holen hier alles ja ihr habt ja noch kein zentrallager gebaut dann werden wir geil ja wo alles ankommt letztendlich wird man nicht immer durch den ganzen bus laufen muss aber so ein lager wäre richtig das aufzubauen kannst du dich mal eben so bauen ne ne ich weiß wird nämlich hiesig das hat noch nicht gereicht das hat noch nicht gereicht also das geht die deine jeden Fakt ist hier 4 die und Weg Das Wasser gleich zum Klamm Steht noch So jetzt Frage von wo kommt Wasser wo Irgendwann das wäre ganz nice wenn das hier So Kann ich hier schon mal 3 große Wassertanks So dann läuft da schon mal Wasser rein in den 2 großen Tanks hier So dann läuft da schon mal Wasser rein in den 2 großen Tanks hier Ja Läuft Ich? Ich Ist noch nicht so Warte aber ist noch nicht Das hier ja jetzt erst nach oben geht So Wollen wir Strucken hier? Wollen wir es zu teuer 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 Ja Du musst dir ein Rad hinbauen und das per Rad betreiben Wollen wir es da ein Trieb? Ja 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 du musst denn da rein ne? Können hochqualifizierte Hamster rein Wer ist das? Hochqualifiziert Ne Doch Du Das größte Problem ist ein bisschen zu groß für den Hamster Ach ja stimmt Ja Ihr hört ja noch einer zu Ich bin gerade wieder da und höre nur Da können nur hochqualifizierte Hamster rein Ich weiß zwar nicht wo rein aber ist ok Dann sagt er braucht Strom für die äh Pumpen Oder was auch immer Achso Daraufhin sag ich Strom ist zu teuer Dann meinte er so ja Ich sag ich muss den Rad hinbauen Daraufhin kam wir auf Hamster Du musst Hamster kaufen billiger als Strom Ja wir brauchen hochqualifizierte Hamster ne Hamster 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 Eine Mischung aus Rammler und Hamster Und wie das freust du dich schon auf Samstag? Auf jeden Und wie hat das äh Im Akt geht dass du da keine Zeit hast Keine Ahnung Ich hab Fabi einfach nur auf ihr Schreiben geantwortet Ich hab Fabi einfach nur auf ihr Schreiben geantwortet Äh ich glaube wir brauchen insgesamt wirklich nur eine Bauziehtmine ne Wir brauchen gerade äh 480 Bauziehtmine Wir brauchen gerade äh 480 Bauziehtmine Ja es gibt doch nur 7 Stück auf der gesamten App Ach weißt du schon Ja Irgendwo doch ein Limit Du siehst sicher Schlauch Exakt das hab ich nachgelesen Die höchst Produktion an Bautsit Wie du ähm Ne die haben die Anzahl erhöht Es gibt 13 Es gibt 13 Ja wahrscheinlich weil es zu weit auseinander war und die Wege heftig waren Vorbei ist es nicht Aber es gibt auf jeden Fall nicht allzu viele von den Quellen Entschuldigung Ist ja auch nicht schlimm Alles gut Ja Seit letzte Woche Mittwoch sieht sich in der neuen Abteilung und so In alles sich rein zu fuchsen und so Boah Müssen wir fertig nachher arbeiten Ja das ist anstrengend Wenn man alles neu lernen muss In dem Sinne so Die Abläufe und was auch immer Vor allen Dingen Wasser läuft da nicht so schnell rein Die Dingern hier Was für genug Pumpen an die Rohre klemmt Ja Aber ich hab die Anlage durchgerechnet Ich brauch insgesamt 700 Liter Ich hab hier nur 300 Liter was Verpackung an Wasser was durchkommt könnte Nice Das ist ein bisschen wenig Wegen den Pumpen oder Ja Da musst du mehr Pumpen anschließen Nicht wegen Pumpen Wegen den Rohren Bessere Rohre haben wir noch nicht Mehr durchfließt Ich hab ein bisschen mühselig wie das hier im Moment produziert wird Ja, musst du mit leben Ich hab das mal Aber solange man die Anlage so aufbaut Als würde man da komplett Auslastung kriegen Ist dann Wasserversorgung nachher das kleinste Problem Kannst du kreffen oder wie ich das ich hab grad nicht gehört ich hab grad gesehen wie gummibänder hergestellt werden in indien das sind gummibandschläucher die durchgeschnitten werden ganz dünn 07 x 8 uh vorzugsweise auch 8 x 7 8 x 7 42 56 aber ansonsten ist ok fast ich brauche zwei ableitungen hattet ihr mitgekriegt dass kanye west sich auf den präsidentenplatz beworben hatte also ja mittlerweile hat er aufgegeben er macht also nicht mehr im rennen um den präsidentenplatz mit ne ok ist so kackendreist und schreibt erstmal auf twitter hey wir hatten angebote die länger gehalten haben als seine kampagne also das wopper angebot hält länger als kann du wirst ok ja weißt du bescheid ja weißt du bescheid ja weißt du doch bescheid jetzt brauche ich jetzt brauche ich jede menge plastik weil ich die ganzen tanks da jetzt verwenden muss also unten im bahnhof voll bahnhof ist voll bahnhof ist voll oder nicht ja ich hab schon die lösung ich hab genug platin gefunden also genug ich hab immer noch nicht so ganz verstanden wofür diese komischen muscheln hier überall so rumstehen am wasser und im wasser deco deco frankie ja es ist traurig ne warum ein fend ein fend 925 hat ein bauer als schlepper benutzt ja und frontal in ein wohnhaus gesetzt du kennst diese stelle wo der wo die kamse vom traktor aufhört und der motorraum anfängt ja ja da ist das ding ungefähr durchgebrochen ja läuft doch würde ich sagen ich hab irgendwie gedacht dass die stabiler sind aber das haus steht auch noch da haben die hausbesitzer ja glück gehabt würde ich sagen es ist definitiv ein deutsches haus ist ja gut gebaut weg du fliegevieh weg du fliegevieh weg du es fehlt mit kupferblech was beschützen die denn da weiß ich auch nicht das ist doch doof alles jung ja da sind aber noch zwei mal solche dinger muss ich scheinbar sprengen ja also muss ich erst den sprengstoff erforschen ja kann man ja machen kann man ein bisschen aus dem luft jagen dafür brauche ich noch schwefel aber also nimm mich hin ja sprengstoff ist nicht gut warum nicht so lange ich nicht bumm mache ist alles gut aber dazu muss ich erst noch ein bisschen was anderes erforschen das vor du wohnen müssen jetzt habe ich euch erst mal das gewehr erforscht hey aber ich muss noch die patronen dafür erforschen das ist gut ne ich habe das gewehr erforscht hihihi position ich noch nicht ja hihihi A und B sehe ich gerade so ich glaube dass ich aussehe wenn ich den pc zusammen schraube so ein mega techniker der gerade den richtig krassen computer zusammen schraubt wie ich wirklich aussehe so ein dicker typ mit fokuhila und nur mit einer weißen unterhose der aus dem boden hockt und so einen alten 2000er rechner zusammen kaspert tja ich habe ja mein computer ja jetzt auch ist ein Name in World Series zusammengesetzt für den hast du sauber gemacht ordentlich wärmeleipaste getauscht alles halt ne richtig sauber gemacht auch mit brennspiritus ja das habe ich ja auch gemacht gehabt das lohnt sich ab und zu sollte man das ja mal tun also wenn einer von euch mir nächstes mal Schwefel besorgt dass ich 200 200 schwarzpulver kriege dann kann ich euch die Patron dazu erforschen ich habe das was gemerkt ich habe gerade die ganzen Verrohrungen hier gebaut und merke gerade ich habe das alles zu eng gebaut weißt alles wieder abreißen ach nein nicht abreißen nicht abreißen nicht abreißen nicht abreißen nicht abreißen nein die Rohre lass die Rohre lass die Rohre lass die Rohre Frankie oh du musst nur das mittlere Rohr entfernen du brauchst die nicht alle abbauen wenn du das mittlere Rohr entfernst und dann also nur das was was in der Mitte gerade durchgeht und dann den Lift dran setzt ja nein und dann den Lift dran setzt kannst du das Rohr durch den Lift ziehen weißt du musst nur das mittlere Rohr du musst die ganzen anderen von den Tanks und so musst du nicht löschen die können stehen bleiben witz vernünftig haben das wäre jetzt deine Lösung aber Frank gibt sich mit dieser Lösung nicht zufrieden ich bin halt ich bin halt faul und dreckig ne hauptsache ist es fertig wäre ich aber auch so ich würde dir einfach zur Lösung nehmen einfach ist es nicht immer besser nicht immer oh ja das merke ich auf der Arbeit gerade dass es einfach nicht immer besser ist ja alles was ich gerade bearbeite darf ich so 10 mal angucken ja das ist immer geil ne geil hier läuft eine Stromleitung hin die ist wahrscheinlich schon völlig überflüssig man weiß nicht ganz stark von aus völlig überflüssig ist weil ich habe die gerade abgeklemmten Strom haben wir immer noch ja die läuft aber Richtung da hinten ne Kraftwerk ja also wenn am Kraftwerk gleich nichts mehr ankommt dann ja am Kraftwerk kommt nichts mehr an verarschen nein du hast die Leitung zu Kraftwerk gekappt ja weiß ich aber die läuft ja auch eine solche Anlage hauptsache die ist hinten auch angeschlossen ist alles gut ich habe gerade keinen Plan mehr es ist alles schon kreuz und quer verbaut ok ich habe Schöpfel gefunden du guckst doch immer head of blood ne ja Franky der ist gerade verloren die hat mir von Twitch unten links empfohlen gerade guckt den nicht immer aber ab und zu ja ich habe mir den gerade mal geöffnet wie der Dude mit Sonnenbrille zocken kann ist mir aber unklar das macht der wegen äh was soll ich das sagen wegen Licht oder was nein der macht das wegen weil er behindert ist so oder so ähnlich die Begründung für alles oh fuck ich muss bei Gronkh reingucken auch online er streamt Ghost of Tsushima Ghost of Tsushima Wann ist der Release? morgen für morgen erbietest keine Zeit er wird sich ganz feuchte er hat einen Tropfen in der Hose Baumstoff zu schieben alter auf dieses Game warte ich schon ne weiß nicht wie lange das wurde angekündigt vor anderthalb Jahren oder sowas und da sah der Trailer schon so geil aus ich kann mein Leben auffüllen hier aber ich habe Gott sei Dank noch ein Jetpack so liebe Freunde wenn es euch gefallen hat mit dieser Folge dann lasst doch ein Like und ein Abo da ich würde mir ja gerne mal sagen wie ihr das findet mit diesem riesen Punk dahinter weil es soll ja erstmal ein bisschen was probiert werden bevor irgendwas äh passiert aber ich glaube die Anlage läuft grad nicht weiter weil die glaube ich voll ist schon ok ich habe kein Wasser 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 ist das Problem bockengelaufen kommt nicht genug an weil die Tanks hier noch nicht voll sind dieser Tank ist ständig leer und der ist auch leer warte mal warte mal jetzt weiß ich was wir haben kein Strom hier mehr welches Kabel hast du gerade geklemmt? wie war das? doch die laufen hier kommt Wasser an da läuft Wasser ran da läuft Wasser ja aber das ist vielleicht ist hinten unsere die Stromversorgung von unserem Kraftwerk abgeschnitten was von da kommt von den großen vielleicht muss ich hier auf jeden Fall auch noch eine Pumpe anklemmen warte angst der Pumpen laufen doch sehe ich doch kommt da nichts an oder was ist hier los? auch kein Druck drauf wir sind einfach nur oh kommt auch nicht viel aber die Leitung ist voll aber es ist kein Druck da Durchflussrad ist nicht da ALTE war dein geiles Game zu werden nach deiner Aussage gerade ich äh guck grad ein paar Gangle-Szenen zu und ich finde einfach so krass dass die das was die im Trailer damals angekündigt haben was einfach nur eine spielbare Side-Quest war und der Trailer kriegt schon glaub ich 3 Stunden dieses spielbare Side-Quest und naja ich sag mal so er äh es enttäuscht nicht ok also ist nicht so geil wie gedacht doch doch ok der fördert es enttäuscht nicht das mancher also es erfüllt was es versprochen hat nicht ach so ok ich habe das Problem gefunden hier an einer Stelle der fördert äh die Jürfen können ja maximal nur 20 Meter hoch fördern der fördert hier an einer Stelle nur 20 Meter hoch du kannst in den Pumpen genau gucken wie hoch die fördern gerade er fördert 17,2 Meter hoch ok das geht er fördert 13 Meter hoch das ist auch ok dann wurde eine extra lange Folge oder noch 13 Meter 13 Meter jetzt müsste Wasser kommen 7 Meter und dann habe ich ja hier die Pumpen noch dann müsste ich ja hier schon direkte Wirkung sehen jup Durchflussrate 300 fast wenn du dich schlau gemacht hast mit den ganzen Dingern dann läuft das von alleine die diese Pumpen funktionieren das hat nur jede Menge Pumpen aber liebe Freunde das war es jetzt aber wirklich lasst ein Like, lasst ein Abo da wenn es euch gefallen hat bis dann tschau euer Professor